Meine sehr geehrten Damen und Herren, für das neue Jahr wünsche ich Ihnen, dass wir alle die Pandemie meistern und den Wert der Kommunikation in Lichtgeschwindigkeit erkennen. 2021 haben wir über 10.000 Einheiten neu an unser Glasfasernetz angeschaltet. Glücklich, wer einen Glasfaseranschluss hat. Bleiben Sie gesund und feiern Sie schön, wenn es wieder geht.